Charakter, Stil und Persönlichkeit, genau das zeichnen die Alpenzoller Alpenbetter aus. Sein unvergleichlicher Aroma verdankt 42 auslesene Kräuter. Natur, Brauchtum und Tradition prägen die Alpenzoller Alpenbetter. Unsere Heimat liegt uns am Herzen. Darum bezeichnen wir, wenn immer möglich, Kräuter von Bauernfamilien aus der Umgebung von Alpenzoll. So zum Beispiel Pfeffermünze, Zitronenmelisse und Lavendel. Andere Zutaten stammen aus Ländern auf der ganzen Welt. So zum Beispiel Orangen, respektive Orangenschalen. Die Alpenzoller Alpenbetter ist ein Naturprodukt. Vor 120 Jahren haben die beiden Gründerväter, Emil Ehmter und Beat Kölbener, unser Familienunternehmen gegründet. Die Alpenzoller Alpenbetter ist damals schon ärztlich empfohlen worden. Der Geist der beiden Gründerväter lebt weiter. Wir bereiten ein, pflegen auch mehr, Brenntradition und das Handwerk mit grosser Sorgfalt. Die Qualität steht bei uns an der obersten Stelle. Das Rezept des Alpenzoller Alpenbetter ist ein streng geühtes Geheimnis. Gerade zwei Familienmitglieder kennen Sie, den Beat Kölbener und Walter Regli. Nicht einmal ein als Geschäftsführer kennen Sie das Rezept. Was wir sagen dürfen, sagen wir einfach gehen. Wenn unsere Geheimnisse tragen, nicht gerade am Mischen sind, empfangen wir Gäste aus Nah und Fern. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Seien willkommen.